so da sind wir und weiter geht es mit limbo ja unser kleiner freund hier hat hier voll die rätsel zu meistern so wie machen wir das jetzt also ich denke mal so die taktik war ganz gut dann gehe ich rüber und dann aktiviere ich das mal es hat nicht gereicht es hat nicht gereicht ich muss das besser kalkulieren einmal rüber das war gar nicht gut kalkuliert so jetzt packt den mal überhaupt wieder zu früh so jetzt pass mal auf du gehst zur seite du steigst hoch du springst rüber wieso geht das denn nicht ist das war doch jetzt richtig gut oder nicht ich muss noch länger warten bis ich das aktiviere so jetzt springst du rüber ich bin noch nicht runter was macht er denn da ach ne aber so ungefähr müsste das gehen so jetzt warte ich bis er wieder zurück rollt so geht das ne jetzt mach ich den schalter oh nein ach nein ich muss das ding da unten machen sonst kriege ich einen stromschlag ach ne jetzt habe ich das einmal geschafft hier sonst ist das alles unter strom damit ich hier drauf falle so ist das gemeint ach ach so ist das ist das gemeint siehst du jetzt kriegen wir auch keinen stromschlag haha so wo geht die reise hin die leiter hoch ja ne ohne eine kreiswege was ist wenn ich jetzt hier drauf bleibe ah da macht die kreiswege uns platt von unten ne ja ja ist ok ich hab's gerafft ja 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 ok also muss ich dann hoch wir muss einen kleinen vorsprung haben und dann irgendwie so im dunklen schafft er geil äh wir müssen das ding da halten stopp 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 du darfst da nicht hoch ach da ist auch strom ok 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 der darf nur bis dahin und dann muss ich äh wie soll das denn warte hier runter abbremsen äh das ist doch alles unter strom dann ne wie soll äh warte ich probier das nochmal aber ich muss den Wagen benutzen damit ich dann hochkomme warte lass den erstmal strom machen so jetzt ist die ganze zeit strom drauf ne siehste jetzt wenn ich den wieder weg nehme dann nicht mehr hinter mir ist auch strom das ist wieder so ein timing ding ne oh ok manche das ist echt so so ganz an der Kante oder kann ich den strom ausschalten mit dem hier keine chance wie soll das denn gehen äh hä der darf nicht so viel speed haben ne weil dann geht er voll schnell also das ist irgendwo hier wo er ganz langsam geht dann schon mal hochklettern ah da habe ich schon die wertvolle Zeit verloren das geht doch nicht ich äh staub lauf das ist ganz knapp aber was heißt knapp aber das ist nicht zu schaffen das ist nicht zu schaffen na da geht er auch nicht hoch so sieht das ganz gut aus jetzt bin ich am weitesten gekommen ne ah keine ahnung ich weiß nicht wie ich das machen soll das ist doch nicht zu schaffen wie willst du das denn machen wo ist irgendwas dazwischen da ist überall strom da ist strom das das ich sache mit mir zurückschieben und dann... Lauf, 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 lauf! Yes! Hahaha, Alter, echt! Das zählt jede Sekunde, ne? Oh nein! Da sollte ich mal lieber rüberspringen. Jetzt geht's ab hier, oder was? Jetzt auf die Leiter... Das geht gar nicht. Das hätte halt auf die Leiter gemusst, ne? Okay. Hier auf die Kante, ein bisschen warten. Okay. Oh, da ist Strom, ne? Da ist Strom... Oben ist auch Strom. Äh... Okay. Das ist ne Kiste, ne? Die Kiste... Wo mach ich mit her? Die schmeiß ich nach unten. Okay, da kann ich da runter, ne? Ganz vorsichtig. Da ist das ein Game, ey. Äh... Brauch ich jetzt da die Kiste? Ne, kann ich gar nicht nehmen. Die kann ich gar nicht nehmen, die Kiste, ne? Soll ich jetzt rüber? Soll ich jetzt rüber? Okay. Ach, schießt er mich weg, ne? Was soll ich denn hier machen? Also rüber erstmal? Oder muss ich hier runter vielleicht? Soll ich hier runter muss? Ne, da unten geht's nicht weiter. Okay. Tja, alles erstmal ausprobieren. Der schießt auch hier, ne? Der schießt auch, warte. Achso, da macht der Ding kaputt. Nein, hier. Hier musst du schießen. Ach, nein. Okay, ich glaub ich hab das jetzt. Ich muss den anderen lotsen, damit er den kaputt macht. So, hier bin ich. So. Hier, schieß mal da. Äh, du musst noch ein bisschen schießen hier auf den. Schieß mal. Ha, der hat er kaputt gemacht. Ah, geil. So kann ich das da rüber noch? Oh, der kommt wieder zurück. Äh, ich versuch das jetzt mal. Okay, du kannst ja da schießen. Das ist mir doch egal. Hier brauche ich wieder eine Kiste oder sowas, ne? Äh, da sind zwei Kisten. Äh, äh, was? Okay, warte mal. Wir brauchen eine Kiste nach oben, ne? Durch die schwere Losigkeit geht jeder nach oben, wenn wir das hier aktivieren. Warte, vielleicht können wir das hier so als Zeitraffer nutzen. Das heißt, bis der da hingeht. So, jetzt geht alles hoch, ne? Jetzt kommt die Kiste wieder. So, jetzt kommt die Kiste wieder. Wir testen das jetzt erstmal. Alles. Ich hab mich da noch festgehalten, ne? Aber dann... Gingen die weg. Okay, okay. Das heißt, äh, wir versuchen dann... an der Ecke zu stehen zu bleiben. Vielleicht klappt das ja besser. So. Du machst das hier. Okay, die Kiste kommt auch. Sehr gut. Jetzt nehmen wir uns die Kiste, ne? Ah! Ah! Jetzt geht's runter. Äh... So geht's hier nochmal runter. Was passiert denn jetzt hier, wenn er wieder aktiviert ist? Ach, die Kiste da, ne? Ach so. Die müssen wir da nehmen, ja. Äh... Nein, nein. Warte, warte, warte. Okay. Also nochmal runter. Also nochmal runter. Nochmal ganz in die Ecke. Und jetzt hier rüber. Lauf, 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 lauf. Komm, schnapp sie dir. Nein, die, 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 die Leiter holt. Das gibt's doch gar nicht. Warte, die muss vielleicht auch ein Stückchen. Nach da. Genau, jetzt machen wir das aber. So, du läufst runter. Du machst den hier. Lauf da hin. So, wir haben die Kiste geholt. Wir haben die Kiste geholt. So. Äh... Sollen wir das jetzt nochmal machen? Und dann stellen wir uns auf die, auf die, auf der Kiste drauf? Oder? Scheint ja nicht, dass das nach oben geht, oder? Ich probier das jetzt nochmal. Ha! War wirklich so. Ach, jetzt wird's wieder abgefahren hier, oder was? Okay. Aufzug. Okay. Äh... Was soll ich jetzt machen? Äh... Ach, da ist ja wieder so eine Kanone, ne? Warte. Die machen wir mal wieder. Hier, schieß auf mich! Oh nein! Doch nicht in echt! Die hat in echt geschossen. Und... Also nochmal. Jetzt haben wir wieder runter. Da wieder hoch. Jetzt sieht er uns. Jetzt schießt er. Sehr geil. Jetzt schießt er die Kiste runter, ne? Hm. Wofür brauchen wir denn die Kiste? Äh... Vielleicht so. Dann haben wir so einen Schutz. Und dann können wir vielleicht darüber springen. Oder? Alter, das geht! Das geht! Das geht! Was? Ich kann das hier steuern? Ah, schwerlos oder nicht schwerlos, ne? Ich kann das hier so... Aha! An und aus! An und aus! An und aus! Kommen wir hier in meine Richtung! Ich muss irgendwie rüberkriegen, ne? Die Kiste, oder? Oder wofür? Weiter geht es da nicht. So, das ist die Ausgangsstellung. Jetzt kommt hier in die Richtung. Noch ein bisschen. Jetzt geht es wieder zurück. Warum das denn? Nein! Da wurde ich zuletzt tisch, ne? Oh nein, jetzt ist sie wieder dagegen. Alter, was ist das denn für ein Ding? Jetzt ist sie wieder da. Ah, okay. Okay. So, die muss einmal titschen und dann... Ah, na, 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 na. Okay, okay, okay. Mach wieder von neu, von neu, von neu. So, lass die einmal titschen und dann... Kommt die zu unserer Richtung, Alter. Ich glaube es nicht. Aber wofür? Wofür brauche ich jetzt die Kiste? Hier ist so Ehende. Hier ist so Ehende. Kann ich die hier so nehmen? Kann ich die hier so nehmen? Kann die nicht nehmen, ne? Ach, da gilt das nicht mehr. Da gilt diese Geschichte nicht mehr, ne? Diese Schwerlosigkeit. Aber wofür habe ich jetzt die Kiste geholt, ne? Das haben wir ja gemacht. Wie geht's denn eigentlich weiter? Ah, okay. Da brauchen wir eine Kiste, ne? Okay. Wir testen das jetzt mal alles aus hier. Ich brauche die Kiste dafür gar nicht. Aber die Kiste oben habe ich jetzt nicht verstanden. Okay, du machst das hier dicht. Aha, aha. Hierfür... Alter, jetzt sind wir auf dem Kopf, ne? Hierfür brauchen wir die Kisten. Aber wofür? Damit wir da hochklettern. Warte, die eine bleibt hier oder da? Das eine bleibt hier. Wir müssen die Kiste holen, ne? Äh... So, dann ist eine Kiste mal da. Klar, wir brauchen... Siehst du, wir brauchen die zweite Kiste, damit wir da hochklettern. Dann bleibt ihr mal hier. Ne? Und dann kommt die zweite hier. Und dann können wir da hochklettern. So ist das. Also irgendwie die zweite Kiste müssen wir da klar machen. Ähm... Hier gehen wir mal runter. Schießt das schon wieder, ne? Jetzt haben wir keine Kiste mehr. Nein! 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 Okay. Alles klar. Wir machen hier eine Pause. Und machen gleich direkt weiter. Danke! Und... Bis dann! Tschüss! Bis tschüss wollte ich sagen. Tschüss.